Wir haben den größten Strandabschnitt aufgeführt, den wir hier gefunden haben, Mädels. Wie kann ich die kleinen, kleinen Segler damit hoch haben? Welche Segler? Nee, dann ist ja Eva nackig oben, das kann ich nicht machen. Da wird die verrückt. Doch. Du meinst, ich soll da langschwinken? Ja, da ist der zum Himmelhöhren, meinst du da nicht. Jetzt war ich schnell weg.